Hände in den Kopf! Ah! So, Hände in den Kopf! Sollten aber auf irgendeinen Kollegen zugehen. Wenn sich noch mehr getasert, dann abwechselst du auf die scharfe Waffe. Okay, ich hab ihn. Oh, hat sich erledigt. Ups, was war das denn? Das hat er nicht gemacht. Ah! Wow, so viele Freundinnen. Da ist wohl jemand sehr beliebt in der Schule. Was denn, du bist ein hübscher Kerl. Die Mädchen werden dir reihenweise hinterherlaufen. Das hat meine Mutter auch mir immer gesagt. Was hast du dir gewünscht? Was sollte ich mir denn wünschen? Warum hat die vorhin die Hose aus? Das interessiert mich gerade. Ich kann verstehen, dass das bei euch allen Besorgnis ausgelöst hat. Aber ich muss sagen, Hosen sind ein Gefängnis. Hosen werden uns von der Gesellschaft aufgezwungen. Wacht auf, meine Schafe. Entfernt eure Hosen. Püß! Auf! Nein! Scheiß auf den Kollegen! Der Kollege, wir stehen vor allem. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Flackert die ganze Zeit, ja. Hat die Leitstelle so mit. Ich versuch was zu organisieren. Ich bin erstaunt, dass sich diese Gläser aushalten. Aber wenn es doch in dem Ding drin ist, ist es da nicht ein Hüt drin? Der war gut. Den haben sogar nicht verscheiden. In 4 Dispatches A02 Responding Code 21035, Fridgeman. Oh, oi! San Andreas, Hiwe, Patron, hier! Drift King Durpin! Wer braucht schon Trinken? Du 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 du. Du 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 ich habe doch gar niemand ich habe nicht da wieder herkommt ich habe niemand angerufen wir machen unsere eigene taktik einheit tschüss hast du dich verdanken gibt zweimal das wort wir haben wir haben doch extra den captain eingeladen damit was klären hätte ich da jetzt vielleicht noch mitsprechen verstehe ich ja was hast du vor klaus guckt euch mal die kollegen an auch wirklich jetzt weiß ich warum einfach noch mal stolpern und da kommt es noch mal mit der zähne Die sind halt immer, genau, die sind zermotten. Dankeschön. Ich hab Hunger. Mein Magen blinkt. Was? Was? Du bist schwindelig. Was meinst du? Ich bin schwindelig. Wisst ihr noch, als ihr mich hier verloren habt? Ach, das waren schöne Zeiten. Stopp, Spielstopp. Ich hab Hunger. Soll ich dir auch mal rum, weil du hier rechts den Abhang runterfährst? Ja. Nimmt sich WRX. Das hab ich auch noch. Stopp. Sag mal. Wenn ich dann den Tank leer hab, dann darf ich aber auch. So, zu den beiden Kravatos da hinten können sie gehen. Ah, das ist Durpen. Jetzt weiß ich den Namen. Durpen. Okay, wir müssen mal was machen jetzt. Ja. Was meinst du? Wir könnten von hinten noch mal einen Bums brauchen. Ja. Der fängt jetzt an zu brennen. Das ist die Atlas-Methode. Oh Gott. Ich hab's gelandet. Oh, ich hab die Scheiße gelandet gekriegt. Oh, Alter! Hä? Den leistet du beim East Highway D30 Höhe Paletto. Oh ja! Was war das? Oh, sorry. Wohlgeformt hier hinteren, der 98 hat den OV verlassen. Möchte jemanden übernehmen. Den hinteren oder den OV? So oder so? Oh, Alter!